Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Case Opening Video. Heute mit dabei die Lolli. Hallo und wir öffnen heute zehn Gamma 1 Kisten und ja jetzt seht ihr zwar 60 Schlüssel aber wir öffnen hier zehn Gamma Cases und ich will einfach sagen wir fangen an. Wir hoffen natürlich dass man ein bisschen mehr kommt wie das letzte Mal weil das war ja schon ein bisschen miserabel und die Lolli hofft natürlich mit. Sie guckt auch zu während dessen. Sie guckt live zu und drückt mir die Daumen. natürlich. Also ich denke mal so wenn 20 blaue kommen ja dann ist es dann ist auf jeden Fall das Knife drin ja. Das ist es auf jeden Fall so. Also wenn 20 blaue kommen dann ist auf jeden Fall das Knife drin. Oder was sagst du? Ich auch so ja. Aber wir haben bislang nur Schrott bekommen ja. Und es geht weiter mit Schrott. Alter Schwede. Sieh die Five. Findest du ja nicht die Five Star wenn hässlich oder? Ja. Also ich muss echt sagen die Westland Rebel. Ich mag den Skinner auf der AK habe ich das spiele ich ja selber ja. Aber ich habe ihn mir mal genauer angeguckt auf der Glock. Ich finde ihn jetzt nicht so schön auf der Glock muss ich sagen ja. Also wenn wir das mal ja bloß kurz. Also ich finde halt einfach dass es dass es nicht passt. Ja jetzt mal kurz. Also ich finde eigentlich es geht sogar aber. Jetzt mal. Also das ist jetzt Factory New. Also vor allem vor allem die Aufschrift Kill Them All. Das ist auf der AK nicht drauf. Ja. Warum. Warum macht man dann hier die Aufschrift drauf. Und ja. Also kurze Abweichung vom Case Opening. Aber geht schon weiter. Ja. Ja. Und ja. Ja. Wir sammeln die Blaue. Wir sammeln die Blaue. Wir sammeln sie. Wie auch. Ja. 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 Äh. Ja. Ja. Okay. Dann ist ja gar nicht. Da ist ja gar nicht so viel Verzögerung. Und die letzte Case Für diese Woche Leute Ein Applaus bitte für mich Wir haben 10 blaue bekommen Wir haben 10 beschissene blaue bekommen Hier guckt es euch an Holy shit alter Alter okay Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und sage tschüss bis zur nächsten Woche Bis zum nächsten Mal